Ich stehe jetzt hier mit Bröki, den neuen ESL-Meister hier in Oldenburg in der EWE-Arena. Herzlichen Glückwunsch erstmal für dich. Und zwar ist das jetzt schon der dritte Titel dieses Jahr. Wie fühlst du dich? Ja, super. Die Titeländer zu gewinnen, Back-to-Back ist schon nice. Kleine Frage für dich, auch noch für das Team. Bleibt das Team so bestehen? Ich meine, ihr habt heute und dieses Jahr sehr gut aufgeräumt, habt sehr viele Events mit nach Hause genommen. Wird das so bestehen bleiben? Voraussichtlich nicht. Es gibt ja einige Änderungen jetzt auch in der LCS und so. Mit den Academy-Teams, da werden wir wahrscheinlich einige gute Angebote kriegen für ein paar jüngere Spieler von uns. Wir werden wahrscheinlich ein paar Roster-Changers machen müssen. Auch HQ im Halbfinale, war das für euch sozusagen so ein kleiner Underdog? Absolut, ja. Haben wir auch hart unterschätzt. Das hat uns das erste Geheim auch direkt gekostet. Hatten wir die so stark nicht auf der Rechnung. Ja, aber dann haben wir ja zu unserer Form zurückgefunden quasi und die Wins nach Hause geholt. Alles klar, im Finale auch Mousesports ein bisschen überraschend auch gewesen, denke ich mal. Auch für euch. Wie war für dich das Game? Die Games, würde ich sagen. Also, es waren alle relativ spannend. Wir haben aber bei Mousesports erwartet, dass wir uns etwas erreichen. Also, unser Niveau haben, vielleicht sogar ein bisschen besser sind. Ich denke, wir haben sehr gut gedraftet, speziell in Game 3. Und das hat am Ende gereicht. Alles klar. Und wie wird es bei dir weitergehen dieses Jahr oder vielmehr nächstes Jahr? Das steht noch in den Sternen. Wahrscheinlich mache ich mir einfach bei ESG weiter. Ich werde weiterhin spielen. Auch in meinem gehobenen Alter. Macht immer noch Spaß. Alles klar. Dir auf jeden Fall viel Erfolg und damit verabschieden wir uns hier von der ESL-Meisterschaft in Oldenburg. Bis dann.